Ok, hier haben wir die Battle of Britain, eine der schönsten Schaffelljacken, die wir herstellen. Natürlich wieder mit paruanischen Schaffellen, mindestens 15 bis 20 mm hoch. Das Außenleder hat wirklich einen richtig guten Griff, wie man es eigentlich nur von Lederjacken gewöhnt ist, aus Rind. Durch die vegetable Gerbung. Die Battle of Britain hat viele, viele schöne Sachen. Zum Beispiel hier einen winddichten Armreißverschluss mit dem Windschutt. Die Aircondition unten. Diese ganzen Applikationen, wo wir sind, also das aufgesetzte Leder, ist alles Pferdeleder. Weil Pferdeleder viermal so reißfest ist. Das heißt, alle beanspruchten Teile sind extra verstärkt. Der Halbkurtel hat den Sinn, wieder die kalte Luft nicht reinzulassen. Ich habe hier zwei Taschen für schönen, stabilen Reißverschlüssen. Man kann hier oben zumachen, für die richtig kalten Tage. Und der Graten steht von allein, weil er verstärkt ist. Man kann den runter machen oder mit einem Griff bleibt da oben. Deranding sind�jen, auf demBuilder der Frisch genutzt ist kein Problem. Komma ja, ich euchqué brauche. Ja, ich habe da oben gemacht. Einen Moment ist nicht da oben. Auch hier ist einלאer Popperl backups.